Herzlich Willkommen zu unserem neuen Video auf unserem Kanal OutsideArea. Und heute gibt es eine neue, weitere Folge vom Cheerio. Wir haben hier als erstes eben Stromkabel verlegt, dass wir durchgehend hier partikuler Strom haben. War gar nicht so einfach. Und für heute geplant sind so ein bisschen PC-Aufbauen mit der Stereoanlage da hinten. Ein paar kleine Boxen. Die Endschnufe, ein paar kleine Boxen. Jetzt haben wir erstmal das Kabel durcheinander weggeräumt, um den PC und die Stereoanlage aufzubauen. Auf Wiedersehen. so wir haben jetzt hier die drei bretter festgemacht so dass hier dann damit die stühle gerade stehen wir befestigen jetzt hier einen kleinen scheinwerfer damit die hier für unser holzlager damit wir da auch mal was so 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 i could feel something else WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Auf der Kamera sieht man so ein bisschen was, in der Wheelight sieht man gut was. Das reicht locker. Für den Raum reicht das locker. Damit das mit den ganzen Kabeln jetzt auch etwas ordentlicher wird, befestigen wir jetzt die Steckdosenleiste, die vorher auf dem Tisch gelegen hat, an der Wand. Also das war die mit 1. Und dann ziehe ich mir das aus. Also mal fest. So, wir haben jetzt hier PC. Aus kaum Kabelwehr war ich. Hier ist Bildschirm und die Anlage und da unten ist dann der PC drin. Das heißt, wenn man jetzt hier die Steckerleiste ausmacht, die also hier drin ist, an dem Schalter, geht nur Bildschirm und Anlage aus und nicht der PC. Den müssen wir dann extra runterfahren. Damit, wenn man irgendwann in die Schalter kommt, nicht der PC ausgeht. Also wir haben jetzt Musik und ja, also ich würde sagen, da sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.